Der Terroranschlag von Berlin hat den Ruf nach mehr Videoüberwachung lauter werden lassen. Die Kommunen forderten jetzt eine Lockerung des Datenschutzes, um die Überwachungstechnik zielgenauer einsetzen zu können. Die gesetzlichen Regelungen des Bundes und der Länder ließen eine Ausweitung der Videoüberwachung nur eingeschränkt zu, kritisierte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Landsberg. In Bahnhöfen und U-Bahn-Stationen sind Kameras schon jetzt allgegenwärtig. In Einkaufszentren und bei Großveranstaltungen soll ihr Einsatz nach dem Willen der Bundesregierung deutlich ausgeweitet werden. Dem Deutschen Städtetag geht das nicht weit genug. Eine Stadt sollte berechtigt sein, mit den Bürgern einen Dialog zu führen und sagen, welche Plätze, Wege wollt ihr wieder überwachen. Dann muss es eine Videoüberwachung geben und man sollte die Videos, die dort gemacht werden, mindestens einen Monat aufbewahren, um Strafverfolgung auch später zu ermöglichen. Auch die CDU will auf Einwände von Datenschützern zukünftig keine Rücksicht mehr nehmen. Es fehlt mir jedes Verständnis dafür, dass wir diese einfache technische Möglichkeit nicht schon lange sehr viel stärker einsetzen. Kritiker sagen allerdings, zumindest Terroranschläge wie in Berlin lassen sich durch Videoaufnahmen kaum verhindern. Und auch das Innenministerium muss auf Anfrage der Linken einräumen. Die bisher in der Bundesrepublik verhinderten Anschläge sind nicht maßgeblich aufgrund von Videoüberwachungssystemen vereitelt worden. Die Linke bestreitet auch einen Abschreckungseffekt auf mögliche Täter. Ich glaube einfach, dass ein Terrorist oder ein Amokläufer das sogar noch gut finden wird, wenn er von einer Kamera aufgenommen wird. Dann kann das hinterher seinen Gefährten oder seinen Mittätern auch noch als Held übergeben. Öffentlich wahrgenommen werden freilich vor allem Beispiele, in denen Gewalttäter durch Kamerabilder überführt werden konnten. Mehr Kameraüberwachung an öffentlichen Plätzen verstärkt zumindest das Gefühl von Sicherheit. Datenschützer waren jedoch davor, in Zeiten wachsender Verunsicherung Freiheits- und Bürgerrechte aufs Spiel zu setzen. Zumal die Wirksamkeit solcher Instrumente im Kampf gegen Terror und Kriminalität oft überschätzt werde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017